Einhörner findet ihr blöd? Sehr gut, wir haben da was viel Besseres für euch. Fufis ist das Film und Fernsehen in Serie von FilmTV mit dem Hörbuch-Tipp der Woche. Und es geht um das Neinhorn. Mit wem bzw. womit das trotzige Tier diesmal zu kämpfen hat, das erfahrt ihr in der gewohnt witzigen Art von Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling. Übrigens ist das Neinhorn und die Schlangeweile nicht nur was für Kinder, sondern vor allem auch für Erwachsene. Helke Michael. Das Neinhorn und die Königstochter hatten mal wieder einen Streit. Problem nur, beide wissen nicht mehr, worum es geht. Weißt du noch, worum sich der Streit dreht? fragt es flüstern den Nahund. Glaubst du, ich hab da so eine unsichtbare Liste auf, der steht, über welchen Blödsinn ihr gerade wieder streitet? schnaubte der Nahund. Manchmal glaube ich, ihr streitet nur, weil euch sonst langweilig wäre. Weil auch noch der Nahund rumnervt, wird es dem Neinhorn zu blöd und es trabt ab. Als es bei den zahlreichen zauberhaften Zypressen ankam, trampelte es wütend durch den gezuckerten Glücksklee. Das gefiel den Zwergvögeln, die hier herumschwirrten, gar nicht. Schau mal, rief Opa Zwergvogel. Du hast ja wohl nicht alle Latten am Schauen. Lass mal deine schlechte Laune nicht an anderer Leute Glücksklee aus. Nach einer langen Wanderung landet das Neinhorn schließlich im dichten, dunklen Dschungel, wo die Schlangeweile von einem Ast runterhängt und alles super schlangweilig findet. Egal, was das Neinhorn vorschlägt. Wir könnten ein Floß bauen und uns den Fluss runtertreiben lassen bis zum letzten Leuchtturm am magischen Meer. Ich gehe nur ins Wasser, wenn es schlau warm ist, sagte die Schlangeweile und schlängelte sich um den Bauch des Neinhorns. Wir könnten uns Witze ausdenken, sagte das Neinhorn. Ich schlache nie über Witze. Ehrlich? fragte das Neinhorn. Kennst du den schon? Was könnte einen Tunnel graben, tut es aber nicht? Ich, ich weiß es nicht. Ein Faulwurf. Das Neinhorn wierte vor Lachen. Ob das Neinhorn sich noch von der Schlangeweile anstecken lässt oder ob die beiden doch noch wenigstens ein bisschen Spaß haben werden, das hört ihr in Das Neinhorn und die Schlangeweile von Marc-Uwe Kling jetzt bei Audible.